Wir sind einer der größten Landkreise Deutschlands. Wir sind Stadt, Land, Wald, Fluss, Wiesen und Weinberge. Wir sind Weltmarktführer und Erfinder. Wir lieben Hausmannskost. Gerne mal deftig und gerne auch mal ganz fein. Wir sind 858 Quadratkilometer Wald, Natur, Wohnen und Leben. Wir sind ein Landkreis, der niemals stillsteht. Wir sind eine der wichtigen Wirtschaftsregionen in Baden-Württemberg und exportieren unsere Waren in die ganze Welt. Wir sind regional, ökologisch und haben die kürzesten Wege. Wir sind modern und fortschrittlich. Und immer da. Wir sind ruhig, laut und bunt, Weltstar und Heimspiel. Wir sind ganz nah dran an Stuttgart und trotzdem 100% in der Natur. Wir sind jung, alt, viele und für jeden willkommen. Wir sind über 420.000 Einwohner. Das heißt, 420.000 Mal entdecken, wandern, Natur erkunden, Tradition und Geschichte leben, fein schmecken, wohlfühlen, genießen und nach Hause kommen. Entdecke unser Zuhause. Entdecke den Rems-Mur-Kreis. Entdecke den Rems-Mur-Kreis. Untertitelung des ZDF, 2020